Es ist schön, Lea Michele wieder lächeln zu sehen. Die Schauspielerin scheint sich auf die Zukunft zu konzentrieren, nachdem ihr Freund Cory Mondeve gestorben ist. Die 26-Jährige zeigte einige tolle Fotos auf Instagram. Auf den Bildern ist der Glee-Star zu sehen, wie sie eine Fotosession für ihr bald erscheinendes Buch Brunette Ambition vorbereitet. Die talentierte Brunette sieht ruhig und glücklich aus, als ihr die Haare und das Make-up gemacht wird. Und es scheinen soll, als ob der Star glücklich mit dem Look war. Sie schrieb daneben, dass es ein schönes Fotoshooting mit ihrer Glam-Familie war und dass sie alle sehr liebt. Der Star wurde mit Komplimenten von Fans überhäuft und sie dankte ihnen, indem sie schrieb, dass sie die Besten seien und dass sie sie zum Lächeln gebracht hat. Sie schrieb, dass sie alle liebt. Lea unterschrieb den Buchvertrag, bevor Cory gestorben ist. Er war in Vancouver, Canada. Ein Teil war in Erinnerung und ein anderer Teil war ein Style-Ratgeber. Es ist toll, dass Lea wieder auf dem Weg der Besserung ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.